Die Vogelgrippe ist jetzt in unmittelbarer Nähe aufgetaucht, aufgetreten, aber gleich in einer Rasanz, die wir in der Form noch nicht gesehen haben. Die Vogelgrippe ist eine hochinfektiöse Erkrankung für Geflügel. Für Menschen dürfte es nicht sehr gefährlich sein. Natürlich hat man Sorgen. Ich lebe ja auch vom Eierproduzieren. Also meine Höhner sind ja sehr wichtig auf unserem Betrieb und wir wollen auch, dass es ihnen gut geht, keine Frage. Aber diese Vogelseuche ist einfach eine Problematik, die über Zugfegel zu uns gekommen ist, alle Jahre wieder und heuer in einer Form, die wir schon noch nicht gekannt haben. Naja, ich habe jetzt ca. 8000 Legehühner auf Freilandhaltung und natürlich die erste Information war eben, Vogelgrippe ist aufgetaucht in einem Betrieb, der mir bekannt ist. Für meinen Betrieb hat sich das so dargestellt, sofort die Gestaltpflicht ohne Anordnung der Behörde. Das sagt mir einfach der Hausverstand, dass ich sage, liebe Höhner, Schluss mit lustig, Schluss mit grüner Wiese, Leben ist wichtiger als Freigang. Und vor ein paar Wochen, ich glaube zwei, drei Wochen ist es her, sind ganz schön viele Zugfegel dahergekommen. Kraniche, die hört man am Geschrei, die sind extrem laut, haben da Formationen geflogen und ich denke mir noch hoffentlich fliegen sie weiter. Am ersten Tag sind zehn hinüber, am zweiten Hundert, am dritten alle oder fast alle. Ein Teil hält sie aus, interessanterweise, die sind resistent. Der Rest wird einfach drauf gehen. Das ist Faktum. Und da stellt sich dann die Frage, wie schnell kann ich da eingreifen und diesen Tieren das lange Leiden oder dieses Leiden ersparen, weil sie ersticken. Das ist eine aggressive Erkrankung auf Lungen, also Atemwege. Und das ist sicher nicht lustig. Die Tiere werden dann über die Firma Saria in Tulln entsorgt. Sie werden verbrannt. Der Mechanismus, der da in Gang gesetzt werden muss, weil es ja keine Verschleppung passieren soll, das ist extrem aufwendig. Also was wir momentan sehen bei den Betrieben, die betroffen sind, was da vor Ort passiert mit Bundesheer, mit Spezialfirmen, mit allen möglichen. Also da wird schon ordentlich aufgefahren. Es steht da was auf dem Spiel. Produktion heißt es einfach ein extrem langer Produktionsausfall. Sofern der Betrieb das überhaupt aushält, weil man verdient ja in der Zeit kein Geld. Also diese Hühners haben ja einmal Investitionen dabei gestellt und man will ja mit dem Verkauf der Eier noch nicht. Geldverdiener. Jetzt werden die Hühner praktisch entsorgt, müssen entsorgt werden. Das hilft nichts. Dann muss der Stall entsprechend desinfiziert, also gereinigt und desinfiziert werden. Wartefrist mindestens 30 Tage. Dann wird die ganze Geschichte noch einmal beprobt und noch einmal beprobt. Und letztendlich, sofern alle Befunde dann negativ sind, darf dann wieder der Stall entsprechend eingesteuert werden. Nur wo nehmen wir die Hühner her? Das hat ja eine gewisse Vorlaufzeit. Hühnereier haben schon einmal eine gewisse Brutzeit. Ich brauche einmal Bruteier. Ich brauche einmal Aufzuchtbetriebe, die ja, das sind ja nicht 20 Hähne, das sind ja ein paar tausend oder zigtausend, die diese Hühner produzieren. Und dann wird die Hähne einmal, wenn sie auf die Welt kommt, mindestens einmal vier Monate am Leben sein, dass sie einmal auswächst, legereif wird und dann auf den Legebetrieb kommt. Also das kostet die Betriebe mindestens einmal neun, zehn Monate. Im besten Fall, wenn nicht ein Jahr. Nicht alle die Hühner haben, ob sie zwei Hähne sind oder fünfe oder sehne im eigenen Garten. Bitte schön. Tut sie es in einen Stall hinein, schaut, dass keine Wildfägel dazukommen können, dass da kein Problem entsteht. Auch von der kleinsten Infektion kann ein Riesenschaden entstehen. Naja, dann ist es umgehend, eigentlich die Behörde zu informieren. Und nicht verduschen und sagen, mir weiß, bei mir ist eh nichts gewesen, aber mir gefreut sich nicht mehr mit dir hin. So geht es auch nicht. Es hängen ja Betriebe dran, es hängen Existenzen dran und das ist sehr wichtig, dass man sagt, okay, sollten solche Fälle auftreten, dann muss ich das machen. Es geht ja um nichts, aber es geht nur um das Wissen, wo die Behörde sagen kann, aha, so ist es, dann werden Maßnahmen gesetzt und dann kann man viel besser das ganze Virus auch eingrenzen. Wo tritt es auf und wo ist es nicht aufgetreten. Das ist wichtig im Großen und Ganzen. Ja, hoffentlich kommt es nicht auf meinen Betrieb. Die anderen sind wirklich sehr, sehr gefordert und das ist, glaube ich, eine ganz außergewöhnliche Situation. Jeder Bauer, der Viecher hat, ob es jetzt Kier sind, Stier, Schweine, ganz egal, jeder schaut, dass es seinem Viech gut geht. Und dann kommt die Situation, wo auf einen Schlag vor einem Tag am anderen alle nicht mehr da sind. Und das trifft auch jeden Landwirt im Innersten.